Herzlich Willkommen zurück bei Zusammen zum Dahn. Heute geht es weiter mit Übergangstand Boden. Ihr müsst zeigen auf der Dahnprüfung zwei Techniken, wo Uke versagt und zwei Techniken, wo Tori versagt. Viel Spaß dabei, auf geht's! Ich sehe unage, du klingst du. Ja. Passt wohl für eine Rolle. Ja, ja, pass wir. Schöne. Oh, ich hoffe, es war ein Bild drin. Schöne hier. Naja, oder so. So geht es auch. Oder so. So geht es auch. Du tust halt zwar nicht. Ähm. Haben wir... Willst du auch dein... Schon dreimal im Kupfer, selbst brauchen wir noch Tori versagt. Mach deinen, äh... Tor mal an. Ok. Okay. 다시 kuchen. Ja. Loserk. Loserk! 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 oserk. So, ich glaube das war's. So, das war die Folge zusammen zum Dahn Nummer keine Ahnung, guckt den Titel zum Thema Konter und ne, Übergang stand Boden. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.